willkommen zurück zur ww und zum dritten mal und dann auch zum zweiten weihnachtstag heute wo weihnachten damals auch durch so machen wir jetzt mal feuermuskelmägen sammeln haben schon den ersten sechs stück kräuter ruhig mitnehmen kein thema als chemie kümmere nicht weitermachen war wir da neue kräuter brauchen wir nicht gefunden haben aber kommt auch noch keine sorge kommt alles noch kommt alles noch nicht du auch nicht wo sind sie wo treiben sich unten wo hinten da vorne da hinten da drüben da oben aber da nicht da aber da nein doch die sind wir noch nur hier unten nur hier ok für ein paar groß groß aber ich bin ok da ist wieder einer ich habe ihn ich habe einen gefunden in zendosaurier weiß nieder wo es reifen 6 aber viel noch 3 ähnlich Ne 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 Ne, äh, müssen wir wieder rumsuchen hier, warten, rumsuchen. Gucken wir haben jetzt keine Finder, machen wir erst mal weiter, bis wir hier wieder neue respawned sind. Nur hier sind die ein bisschen komisch, ne? Und die kommen immer noch nicht nach, noch keine neue respawned. das ist ein bisschen seltsam sich sehr blöd zum kring bis jetzt alle 100 prozent getroppt ein bisschen 4 von 6 aber spielen haben wir nicht aber eine feuer blüte immer leicht mit die feuerblüte mit sind wir noch gleich feuer in flamme für die blüte geht es in flammen auf ist auch keine einspielen wir haben schon unsere spiel und da ist wieder einer weg weg da ja wohl hatte ich kommen sehen einer fehlt noch einer fehlt noch einer geht noch ein nach wo ist sein komischerweise nur in dem kleinen mini gebiet hier sonst nirgendwo auf der karte ein bisschen komisch da ich zu messer auf der map hier nicht an nur hier unten ein bisschen komisch wollen ich auch hier hinten oder da oder da oder da oder blöd 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 sechs stück davon aber egal ist möglichst die drop rate ja 100 prozent oder 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 ja da haben wir sie doch da geht er noch hat sich so lange gedauert man muss ein bisschen warten auf die spawnen und dann geht es eigentlich schon ich glaube ich schon immer gewesen ich meine war schon immer so gewesen geht euch durch den kopf aber egal so warum nicht bleibt ja ich bin sauber einmal rüber thorium spitze hier oben der ganz norden die thorium spitze oberhalb der pyrox ebenen da ist ja 3 von 4 so sprechen die flugmeister und benutzt dann die kanonen der flugmaschine die burschaften kessel verteidiger zu töten bis bei sich genug ist um ihn zu betreten der ist hier unten ja greifen meister ich habe mir überlebt überlegt ich werde wohl anfang januar wann aber nicht samstag oder sonntag erstmal streamen ww horde und schabe ich genau wie hier allianz auch mit berufe zwei berufe wächter hochskillen alle quest machen für untote auch da auch wegen verbindete völker freischalten habe ich mir so überlegt welch mal machen wie sagt samstags oder sonntags ich weiß nicht genau wann ich bin im januar anfang oder mitte link für twitch ist ja eine video beschreibung wenn ihr interesse daran habt nämlich die freundlichen vorbeischauen möchtet wie sagte in ein hordes schaden wahrscheinlich jäger erstmal wahrscheinlich den hochspiel wieder mit zwei beruf was ich will nicht welche vielleicht bergbau schmiedekunst vielleicht oder verzauber könnte man ja ein raum machen aber ich kann beide nicht immer überlegen zucht meister ja noch mal selbst klammer arbeiter befreien und alter von sohn tagen tötet dann lad durch den schwarzen und obsidion ja sind wir ja arbeiten arbeiter tschüss freuen und töten singen genolle die lachen so komisch wie der hyäne da ist der elite mobter natürlich nicht unten da oben ja 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 vielleicht machen wir auch hexenmeister reise nicht genau welche klasse ich denke auch spielen werde müssen wir noch wissen übergeben da ist ja nichts mehr durch die tür durch das tor wie er möchte alles luten immer mitnehmen nicht verkehrt allein stimmigen stoff kann man immer gebrauchen für schneiderei und ingenieurskunst oder zum beispiel viel stoff so klären auch noch noch ein sklavenarbeiter und so haben wir hier auch erledigt sucht machte das klar sind natürlich keine jetzt hier war nur spieler schon die wahrscheinlich alle mitgenommen hat müssen wir weitergehen da haben wir ein paar sind eigentlich auch genug von vorhanden hallo sterbende archäologe warum also ich beschwören ich muss zuerst etwas anbieten ja ich bin aber ich bin doch dabei hatte man es kündigt hoch ich bin gerade in beiden geklaut oder wird man jetzt langsam ist wenn ich zu schnell so einer fehlt noch mal den haben es war einen anderen finden da kann also auch fertig auch kein großes problem müssen wir können wir hier auch mal hier rauf immer hier rauf ja immer hier auf ne gehen wir hier rauf wenn eine andere anderen aufregung finden gehen wir hier rauf da ist er doch quest abgeben ja dann auch so mehr wert ich habe 16 dunkel eisen kisten ach das kennen wir auch noch ja können wir gleich zum schlaf gemacht viele kissen eigentlich kisten der kissen zum schlafen und kopf und sohne eigentlich auch mehr als genug von hier rum gefühlt 40 stück und also auch kein problem seien alle einzusammeln machen scheinbar sehr schnell wieder egal so weiter geht's hier und da und dort ist mein kissen die dochter kissen wir sind mehr als genug kissen reichlich mal erzählen wann sie noch sechs ja ich kann ich kann zählen ich weiß danke hallo alle kisten und ab wenn ihr müde seitens geht ins bett schlafen noch zwei dass mein kissen geklaut die bin und du zack haben also ich hink fest dann habe ich hier weiter genau zieht das kissen von kissen meister was ist das 10 sekunden lang eure fallgeschwindigkeit sehr schön immer mit das kissen meister zu ebnis russ rauchen sengen schlucht ja sehr schön mein spielzeug um die fallgeschwindigkeit weiter zu verringern die schicht erst mal hierhin oder wie wir jetzt zurückgehen wir haben zurück ich bin ganz ich auch sprechen tanze bleihand und habe sie ihm auch sehr mal torius mit flicht fürst akku sein kumpel kam hansel hansel wie geht es vielleicht auch noch kommen wir ja bist du da sind sie weg du hast keine hilfe was keine große hilfe kollege aber egal kisten weg bringen neues spielzeug kann ich hier auch hin oder ja kann man auch abkürzung wie groß es ist ja ein landekissen ist ein spielzeug nicht so sein oder haben wir also schon gefunden müh 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 alles schrott genau ist ein schmuck dann lassen wir dann lassen wir das nicht wirklich sinnvoll aber egal aber es auch erledigt so raus hier raus hier lang kann er stimmt auch oder kann man es nicht übersteuerung ich kann man so machen genau wo kann man es wenn man tiefer fallen sollten mit dem kissen halt die fallgeschwindigkeit verringern dann gleiten wir sanft nach unten nicht wichtig ne aber mein gott macht warum nicht kann man mitnehmen schon 70 70 jahre noch so knackig ja soll wieder hoch oder fliegen 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 war jetzt schneller auf auf ist doch hier drinnen kisten hier unten ach da unten probieren aus da ist ja super geklappt ja was geht euch durch den kopf das war erzherzog kalziner schwächkeitsinn setzt dann den geweihten trieb trieb petrizin ein um ihn zu verbanden 6 6 sängende flammengespenster machen oder auch eben schnell dann habe ich das alles hier durch meine ich zumindest natürlich müssen wir nicht schwächen kann man sich machen dann müssen wir aber nicht die drei bunten dinger die wir ja zusammen gebastelt haben muss man damals natürlich machen aber muss man heute mehr sind stark genug mehr als stark genug so noch eins sowieso so hier lang überleicht ein lächeln hier lang du flammengespelten zum herr so hat man die handlange auch fertig beenden so da oben ist er ja 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 ich sehe jetzt auch gar nicht was nicht genau oder jetzt ist keine ahnung wenn wir in der nähe wären würde wieder die einblenden kommen dass wir irgendwo hier wäre aber da ist ja nicht also muss man ist nicht da das war ja auch schon ein anderer beseitig natürlich auch sein egal so er zu erz erz herzog mein gott kann heute nicht sprechen kalt sind wir machen noch denke aus den beseitigen wir eben ganz schnell und schnell das ist ein neues borne super könnte jetzt aber ich weiß natürlich nicht wie lange müssen wir wo ziehen ja wohl gerade im nagelecht das darf ich sagen ich bin unsterblich ja bist du auch da ist er doch da ist er und dann verbannen also erst höchstern an den steinen verbanden dann ist er weg riemann amulett schrott brauchen wir nicht ja egal jetzt können wir noch raus hier aber da kommen wir nicht raus kann man nicht warum das kann man mit riel vorkommen in acht wird schön mit riel sonnengras und schon sagen hier rechts in die ecke sind die idioten da kommen aus die wissen wie ich man nicht so ein lärm hier luft die woche luft so eine hitze hier eine sängende hitze da sind wir draußen endlich so fliegen natürlich nicht schneller kommen sollen gras mitnehmen ein bisschen sonnengras brauchen wir ja noch für als schmährezepte aber nicht viel haben eigentlich mehr als genug aber egal so durch sagen können wir eigentlich schon mal zum nächsten gebiet hinterland aber man nicht hier war man nicht kenne ich ja auch noch alles ziemlich gut fliegen wir hier in den norden machen wir noch können wir schon ein fliegen soll nicht dort auch nicht so lange wenn ich auch nur vier fünf folgen das war es dann richtig da oben kommen wir so bleiben müssen rüber ja ja was ist lieber dahin nach kurzem hinterland aber das als nächstes fertig sind nicht nur noch zwei oder drei gebiete insgesamt glaube ich dann haben wir hier östliche königreiche also kontinent der allianz fertig restlichen gebiete können wir nicht machen weil da ist horde und tote sie noch ein paar gebiete ganz im norden natürlich noch ne ist hier gar nicht was hier kommen später sind die trüben moment ach ne insel fünf bilder nass genau der rasse magistern hier wenn es mal gucken wir können gar nicht hin ich glaube später erst viel später er ist alles klar genau das hat so mit das insel bei einer kontinent der horde als mutter sinsel ist stadtgebiet der dran genau blut mit des inseln dazu mit des inseln und hier oben ist glaube ich auch aus jetzt schon von blut nacht 11 nicht so genau auf den dunkelküste alles allianz mondlichtungs glaube ich von nacht 11 glaube ich ja wir kommen natürlich nicht machen dabei ist ja hier sind sich nicht kommen später machen wir mal was hier ist die königreiche keimdor mein gott der keimdor drüben sind da kann man sich die auch noch mitnehmen was wir so machen können da kann man sich nicht machen statt in stadt quest der entsprechenden rasse kann natürlich nicht alle machen aber einiges einiges können machen so kurz nach hinterland nach fliegen wir machen wir ja in der nächsten folge nämlich weiter ja dauert ein bisschen aber wir können ja immerhin 300 prozent 310 prozent schnell fliegen immer schneller als reiten oder laufen laufen werden ganz grausam alles laufen war nee 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 muss ich sein muss nicht sein das haben wir da wollen gras ist der boss flächter per zu fördern kann man nicht mitnehmen ach der knochennager kann ich in mehreren strenger ich glaube ja ich habe ja glück aber es ist nicht danach aus wollen was lebenswurz wollen wir nicht ich werde ich da den boss hätte sein können kein glück hat kein glück der für sie auch noch eine egelwitme egal durch nicht wichtig nur mein gott man schon mit dem können können mitnehmen wie gesagt erfolgt meines erachtens gibt es dafür nicht und so viele lize mobs oder alle von einem gebiet erzone gibt es meines erachtens nicht vielleicht später irgendwann mal keiner was wir sich noch so einfallen ist die haben sich jetzt verkauft und verkaufen lassen aktivischen blizzard ein xbox microsoft riesen fehler aber egal wir haben es eigentlich nicht nötig dass ich verkaufen aber okay egal anderes thema nur gucken was dann aus ww dann jetzt wird unter anderem oder cool auf duty soll ja wenn ich hier habe ich jetzt nach zehn jahre für alle systeme sein also auch für pc xbox play sie fließen zehn jahre vielleicht wird schon glaube ich meine ich mal gesichert ist call of duty nur nach 20 abwarten dann xbox exklusiv kontaktiert die seines für xbox exklusive gegenstände wie auch immer halt von cool auf die türen wird natürlich seine das wohl die befürchtungen die viele haben auch natürlich sony selbst auch aber egal mal gucken was da auch so wird ne so gut ob der elite muss jetzt da ist er ist da ja nicht stöhnen sterben wenn auch erledigt das wärs doch mir was wir wissen wir den schönen abschluss der folge muss interessant ist keine vorlage sein stoff wieder ja das ist es jetzt ist vorher bald noch mal aber das ist nichts neues keine vorlage nix alles müll bei mich nachschauen alles schrott rezepte wollte normal sind ja er doppelt dabei bekommen wir wieder im aha verkaufen für ein paar gold oder beim händler halten oder natürlich bald die ein bald jetzt nicht so gesehen ist klar sollte klar sein war ja da ist das gemacht hat sie mal raus braucht man es nicht alles verkauft werden was diese sollten erziehung soll aber egal immer eben raus so wie ich sagen das war's mir heute mit ww sehen uns ließen folge wenn ihr möchtet von ww und euch noch alle noch frohe weihnachten bis die nächsten folge schön mit